Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner fifacoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch das Team of the Week 24 schon jetzt vorstellen. Im Normalfall kommt das Team of the Week ja eigentlich immer erst um 16 Uhr auf Twitter, Facebook und so raus. Das heißt EA haut da immer einen Post raus und um 19 Uhr kommt es dann eben in Ultimate Team auch wirklich rein und da könnte die Spieler dann wirklich ziehen. Und hier habe ich eben ein Bild gefunden und das habe ich eben auch die letzten Wochen immer wieder gefunden und das hat eigentlich immer zu 100% gestimmt. Von dem her gehe ich auch aus, dass es dieses Mal stimmt. Das ist einfach irgendein Twitter-Designer oder vielleicht ist es auch irgendeine interne Quelle von EA, dass der das eben weiß, welche Spieler kommen. Und ja, links unten steht natürlich, die Spieler stehen fest, aber die Ratings und Positions stehen nicht fest. Das heißt, Rating und Position ist nicht festgelegt, aber die Spieler sind festgelegt. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall den klaren Vorteil draus schaffen, dass ihr das jetzt eben schon einige Stunden vor allen anderen wisst. Und ja, damit danke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, Ciao Leute, FIFO Stars!